Es gibt so viele verschiedene Führungsstile, delegativ und autoritär, beratend und situativ. Welches ist der richtige Führungsstil? Vor allem, welches ist der richtige Führungsstil für Dich? Die Antwort bekommst Du in diesem Video. Hallo, ich bin Axel Rittershaus, Dein Führungskräfte-Coach hier auf YouTube. Falls Du die sieben wichtigsten Führungsstile noch nicht kennst, dann schaue jetzt zuerst einmal dieses Video zu Ende an. Am Ende des Videos verlinke ich auf ein weiteres Video von mir, in dem ich die wichtigsten Führungsstile einzeln vorstelle. Vielleicht fragst Du Dich, wie kann ich, ohne Dich und Deine Situation zu kennen, Dir sagen, welches der richtige Führungsstil für Dich ist? Gute Frage. Indem ich Dir helfe, anhand von drei Kriterien die Antwort selbst zu geben. Beginnen wir mit Kriterium Nummer 1. Die aktuelle Situation. Stell Dir vor, Du bist an Bord der Titanic, die gerade sinkt. Der laissez-faire-Führungsstil wäre hier völlig unangebracht. In einer solchen Panik-, Risiko-, Chaos-, Gefahrensituation sind klare Strukturen und Vorgaben nötig. Stellen wir uns eine andere Situation vor. Du hättest ein Start-up mit 20 Produktdesignern, die sich austoben sollen und neue Ideen entwickeln sollen. Wenn Du jetzt autoritär führen würdest, würdest Du die Kreativität zerstören. Je kritischer eine Situation ist, desto eher wird es notwendig sein, sehr, sehr stark zu führen. Das kann bis zum autokratischen oder autoritären Führen gehen. Wichtig ist dabei, die Führungskraft kann mit der Krise umgehen. Je entspannter jedoch eine Situation ist, desto eher sind auch lockerere Zügel möglich, wo wir den Mitarbeitenden immer mehr Verantwortung geben. Hier können wir Coachen führen oder Delegativ führen und dann funktioniert das. Kriterium Nummer zwei, um zu entscheiden, was der richtige Führungsstil ist, das Wissen und die fachlichen Fähigkeiten der Mitarbeitenden. Je fähiger und erfahrener, desto besser können die Mitarbeitenden selber entscheiden und Ideen liefern. Und wollen das auch. Vor allem in Situationen, in denen die Mitarbeitenden mehr Wissen haben, fachliches Wissen haben als Du als Führungskraft, dann ist mindestens ein kooperativer, eher ein delegativer Führungsstil angebracht. Je weniger Wissen und Erfahrung die Mitarbeitenden haben, desto mehr Anleitung ist nötig. Nicht zwangsläufig durch Dich. Das können Trainer sein, Coaches, Experten. Aber in dem Fall ist zum einen die fachliche Weiterentwicklung und Ausbildung nötig, zum anderen ist aber auch eine engere Führung notwendig und meistens auch gewünscht, weil jemand, der wenig Erfahrung und Wissen hat, wünscht sich jemand, an dem er sich orientieren kann. Das heißt, hier ist eine stärkere Führung notwendig. Nicht autoritär, aber eher so, dass Du beratend führst, wo Du Entscheidungen triffst und die Mitarbeitenden dann ihre Ideen mit einbringen können, aber noch selber keine Entscheidungen treffen. Wenn Du Mitarbeitenden, die keine oder wenig Erfahrung hast, zu viel Freiheiten lässt, fühlen die sich vielleicht sogar alleingelassen. Das führt zu Frustrationen und die denken, wozu ist denn unsere Führungskraft da? Wenn Dir das Video bislang neues Wissen bringt oder Dich darin bestärkt, was Du bislang schon gedacht hast, dann drück doch jetzt bitte auf den Daumen nach oben Knopf. Das bedeutet mir sehr viel. Und damit kommen wir zum dritten Kriterium, um zu entscheiden, was der richtige Führungsstil ist. Und das ist die Kritikalität der Aufgabe. Nicht der Situation, sondern der Aufgabe. Wenn ein Mausklick, den jemand macht, über 100 Millionen Euro entscheidet, dann wünschen sich die meisten Mitarbeitenden ein gewisses Sicherheitsnetz, zu dem auch die Führungskraft gehört. Hier ist ein beratender, vielleicht sogar teilweise eher autoritärer Stil gewünscht. Wenn Mitarbeitende viel Erfahrung mit der Aufgabe haben, und zwar auch mit einer sehr kritischen, schwierigen Aufgabe, dann ist eine Delegation auch möglich. Vor allem auch dann wiederum, wenn die Mitarbeiter mehr Erfahrung mit dieser kritischen Aufgabe haben, als Du als Führungskraft. Sprich, hier sind wir vielleicht kooperativ, vielleicht auch schon delegativ unterwegs und delegieren die Aufgaben dann an die Mitarbeitenden. Selbst wenn die Aufgabe kritisch ist, aber wenn die die Erfahrung, wenn die das Wissen haben, dann können die das auch selber tragen. Trotzdem stehen wir immer hinter denen und sagen dann nicht, die haben es falsch gemacht, die sind schuld. Das darf ich als Führungskraft natürlich auch nicht machen. Wenn das Risiko überschaubar ist, also die Kritikalität nicht so hoch, dann helfen wir den Mitarbeitenden, die Risiken abzuschätzen. Und dann entscheiden wir, sind wir eher beratend oder eher kooperativ tätig oder vielleicht auch schon wieder delegativ. Aber wichtig ist dabei, wie viel Erfahrung und Wissen haben die Mitarbeitenden auch mit so einer kritischen Situation. Und wenn wir praktisch kein Risiko haben, naja, dann können wir den Mitarbeitenden Möglichkeit geben zu lernen, selber auch Entscheidungen zu treffen und dann auch aus Fehlern zu lernen, wenn was schiefgegangen ist, dann sollten wir genauso eher delegativ führen, um den Mitarbeitenden eben die Möglichkeit zu geben, das Wissen aufzubauen, damit sie später bei kritischeren Situationen auch ruhig, souverän und gut entscheiden können. Wenn also kein Risiko oder kaum Risiko besteht, dann können wir delegativ oder konsultativ beginnen und den Mitarbeitenden immer mehr Möglichkeit geben zu lernen. Und jetzt kannst du immer mehr neue Impulse bekommen, und zwar jede Woche, indem du den Kanal abonnierst, dir unser Bootcamp für neue Führungskräfte anschaust und das Video, das ich eingangs erwähnt habe, über sieben Führungsstile anschaust, das ich hier für dich verlinkt habe. Und denk immer dran, Glück sein Talent!